Hallo Freunde, wie es eben schaut, fertigen wir im Moment für unsere Landfrau in Baden-Württemberg hier eine Broschüre im Format DIN A5. Der Umschlag ist Graspapier und der Inhalt ist ein recyceltes Altpapier und ich zeige euch schnell ein paar Ausschnitte davon, damit ihr mal sehen könnt, wie denn die Verbindung Graspapier mit dem recycelten Altpapier ist. So, das wäre der Umschlag. Hier ist ein zusätzliches Weiß mit eingebunden, dass einfach diese Broschüre ein bisschen hochwertiger, ein bisschen freundlicher wirkt und das ist die Rückseite dazu. Von innen schaut das so aus und das ist hier die Frau Dr. Krieg, die praktisch diesen ganzen Landfrauenverband leitet in Baden-Württemberg und so würde dann das einmal ausschauen, wenn wir den Inhalt auf einem recycelten Altpapier fertigen. Es macht vielleicht nicht unbedingt Sinn, diese komplette Broschüre auf Graspapier zu fertigen, da das Graspapier ja keine helle Fläche hat und somit der Kontrast etwas beeinträchtigt ist. Aber diese Verbindung miteinander, die macht diese Broschüre wunderschön. Also, sofern ihr auch Produkte habt, wo ihr vielleicht mit den Papiersorten ineinander etwas wechseln möchtet oder auch zum Beispiel Gras in Verbindung mit Silphepapier, das ist auch möglich. Sprecht uns an, wir freuen uns auf eure Anfragen unter www.degrasdruckerei.de oder schreibt uns eine Mail an hello.degrasdruckerei.de. Vielen Dank für eure wertvolle Zeit, euer Matthias. Musik 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 diferencia Musik Musik